holt euch Popcorn holt euch das Cola und genießt das Cola und genießt das Cola und das ist noch jemand Lauri Lauri ist geil holt euch Löffel ich wollte doch runter holt euch schnell ich krieg nur jetzt ich krieg Lust was willst du Lust Will you take my life? Will you bleed me out? Will you hang me up? Jungs, Jungs, Kacen sagt, geht vorne an diese Holzwand Richtung Westen und stellt euch eine Reihe auf. Richtung Westen. Er hört das schon. Er geht, Digga. Kacen sagt, ja. Okay. Er ist schon raus. Mach zu da. Okay. Jungs, in eine Reihe. Komplett in eine Reihe. Perfekt. Okay, Erik, du auch hin, ne? Jungs, du machst mit, Digga. Okay. Ja, lass mal hier. Ja, oder? Tja, da kannst du nicht raus, ah, Junge? Okay, warte, ich habe eine Doni bekommen, Jungs. Warte, die musst du essen. Kannst du mich annehmen, heißt es Silenced. Ey, wenn noch einmal eine Tomate werfen und du bist tot. Okay, es war nicht mal ein Kacen sagt, aber egal. Okay. Das ist so cringe. Okay, jetzt werfen die Schnee mit, okay. Jungs, Kacen sagt, wenn noch einmal hier was gegen mich wirft, ist tot. Wie der Typ hier drinne. Okay, duckt euch. Oh mein Gott, Alter. Ich höre nichts. Duckt euch. Kannst du bitte respawnen? Oh, ey, der Arangie, kannst du bitte respawnen, Digga? Er soll in der Falle gehen. Okay, gut, alles gut, alles gut, alles gut. Die haben revived, die Wunde, Digga. Okay, okay. Okay, Jungs. Ich habe Angst. Mann, ey. Da hat so ein großes Bau hier drin, ne? Digga. Okay, okay. Spring. Kacen sagt, ducken. Okay, das war aber close, ja? Bring, Stinger, falls du das willst, ne? Das war close. Okay. Einmal mehr nach. Okay. Kacen sagt, einmal nach. Stopp. Es waren halt so viele, ne? Es waren halt so viele, egal, okay. Kacen sagt, komm mit. Da oben ist, ne? Alles gut, alles gut. Stellt euch hier an die Wand. In der Reihe. Kacen sagt, stellt euch an die Wand. Willst du uns jetzt exekutieren? Kacen sagt, springen. Kacen sagt, ducken. Springt. Kacen sagt, springt. Dreht euch einmal im Kreis. Kacen sagt, dreht euch einmal im Kreis. Kacen sagt, dreht euch einmal und springt dabei. Hast du nicht gleichzeitig gemacht, Bro? Sorry. Sorry, Fans, Alter, ich liebe dich, Alter, falls du das hörst. Okay, okay, ähm. Fuck, was... Ich weiß nicht, woher ich jetzt rausgekommen bin. Geiler Typ, Alter. Ja, ich weiß auch nicht, Alter. Okay, ähm. Okay, ähm. Guckt einmal, guckt mal bitte an die Wand, die hinter euch ist. Kacen sagt, guckt an die Wand, die hinter euch ist. Ähm, springt einmal. Kacen sagt, springt einmal. Springt dreimal. Oh, sorry, Boy. Das tut mir wirklich leid. Willst du auch ran, ja? Ja, besser ist, Junge, besser ist, Junge. Okay. Kacen sagt, mitkommen. Stopp. Alle haben Stopp gemacht. Alle haben Stopp gemacht. Aua. Egal, egal. Okay. Stellt euch, äh, alle hier Richtung Süden dran, an die Wand. Oh, sorry. Oh, 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 oh. Okay. Kacen sagt, stellt euch alle an die Wand, Richtung Süden. Ja, ist egal. So, so, wie es halt am besten geht. Okay. Kacen sagt, ähm, Elite Agenten, komm her. Kacen, du kannst ruhig, kannst ruhig kommen, bro. Komm, komm, komm. Los, lass uns. Er stuckt halt, ne? What the fuck? Okay. Kacen sagt, Elite Agenten, entscheide ich eine für die drei Türen. Und geh rein. Lachen lernen, Babbel. Oh, lucky. Okay. Kacen sagt, äh, Skelettfrau, ähm, such dir eine von den zwei letzten Türen hier aus. Lucky. Okay, gut, jetzt ist natürlich, ähm, Kacen sagt, wer zuerst gleich das, was, äh, das macht, was ich sage, obwohl dazu, also da vorne kommt natürlich, Kacen sagt. Nee, 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 wer, wer, wer das zuletzt macht, muss in die letzte Tür reingehen. Okay? Okay, verstanden? Perfekt. Okay. Kacen sagt, schlagt einmal. Okay. Ähm, alle unentschieden. Kacen sagt, springt. K- Kacen sagt, springt. Ja, der war der letzte. Okay, hier rein wird er einmal. Uh, Bruder, vielleicht hat er schlechte Änderung. Kacen sagt, einmal reingehen. Ich sag, ich soll euch. Kacen, mir, da. Okay, Kacen sagt, komm mit. Ich hab einmal den Siegkopf nicht mehr. Stopp. Die anderen hinten noch bei den Dings. Was denn? Achso, stimmt, stimmt, stimmt. Oh, Kacen sagt, komm mit. Ähm, Kacen sagt, stellt euch, äh, warte mal, äh, drei stellen sich auf, zum linken Baum und zwei rechts im Baum. An drei, drei auf einen linken und zwei auf den rechten. Sagt Kacen. Sorry, so. Okay. Ja, deswegen. Also, Jungs, ich werde jetzt gleich eine Aufforderung machen und der, der zuletzt halt das macht, stirbt. Kacen sagt, rennt zum Stein vor mir. Oh, okay. Nein, hier rot mit sowas. Sorry, XC, Hannes, Bro. Oder wolltest du hier gerade einen 30er-Move machen, Alter? Okay. Kacen sagt, komm mit. Stopp. Du auch? Ja, ja. Okay, okay, Ehre, Mann. 155er. Okay. Jetzt heißt es eigentlich Spitzhacken-Duell, oder? Eins. Zwei. Drei. Bruder, das hält echt dran, Ehre. Jetzt will ich hier sehen. Oh, Erik. Macht die 300 Eco-Plays. Jetzt geht der Frau, will zum Angriff gehen, aber Erik macht den Pussy. Move. Bruder, er macht den Pussy. Wer gewinnt, wer gewinnt, wer gewinnt. Komm, geh jetzt hin, Erik. Kacen sagt, Erik greff an. Oh, wer gewinnt. Oh, oh, oh. Er gebt so Schälen, Digga. Er gebt so Schälen. Er ist es halt einfach, ne? Er, oh. Er ist es halt. Oh, er macht die Moves. Er haut die Tricks raus, Digga. Er, Erik sagt, angreifen. Äh, Kacen sagt, angreifen. Oh, Bruder, Mann. Oh, er hat sie gegeben. Damit ist Hyped X der erste Gewinner. Sei froh, Digga. Ich liebe dich, Bruder. Gib ihm ein Pussy. Okay, perfekt. Kacen sagt, wenn ihr rauskommt, stellt ihr euch alle vor die Metallwand, wo ihr gerade rausgeht. Alle. In eine Reihe. Wer nicht, wird getötet. Hops, genommen. Alle an die Metallwand. Kacen sagt, springt. Springt zweimal. Erik, auch rein da mit dir. Aber warte, ja, flieg du einfach rum. Flieg du einfach rum. Ich brauche noch deine Hilfe. Aber du bist raus, Bro. Okay, äh, jetzt wirklich, springt einmal. Kacen sagt, duckt einmal. Sprachen lernen, bubble. Okay, äh, scheiße. Kacen sagt, wenn ihr mein Deutsch feiert, springt einmal. Ich fahr ja mal in Deutsch, ja, sehr gut. Ähm, äh, duckt euch einmal. Kacen sagt, duckt euch zweimal. Okay, Kacen sagt, kommt, äh, followt. Followt den Kacen. Kacen sagt, Kacen so. Auf Twitch, by the way. Okay. Stopp. In den Häusern sind drei Einsen oder so. Der Rote, ne? War das der Rote? Der Rot. Er sagt doch, wer. Wer. Ach, hier. Wirklich jetzt? Ja. Okay, ich vertraue dir, Digga. Okay. Kacen sagt, äh, Kacen sagt, geht hier rein und stellt euch hier alle hier so drin auf, wo ich bin, in diesem Viereck. Nur in diesem Viereck. Ja. Ja, ja. Okay. Ähm. Kacen sagt, es hat jetzt auch was mit Pech zu tun, da, wo ich steht. Kacen sagt, geht alle in diese Tür rein und wer zuletzt drin ist, stirbt. Oh, Bruder. Oh. Oh, Bruder. Sorry, Neymar, Digga. Okay. Neymar, wie, Alter? Okay, kommt alle hier raus. Wer hat sich bewegt? Wer hat sich bewegt? Renegade, wer hat sich bewegt? Ein Ding ist hier Renegade, Digga. Ist sogar noch gesprungen. Okay, komm her, Bro. Und wer noch? Noch mehr, aber ich bin kein 31er. Ey, rot, das Game hat sich was. Hast du dich bewegt, ja oder nein? Ey, Optik, oh, Bruder. Leicht bewegen, Alter. Okay, gut. Gut, ich lasse noch eine Chance, Digga. Ich will erst mal umbringen. Geht sich höchstend, wenn du dich... Hast du dich bewegt? Schüttel den Kopf. Ja oder nein? Oh, Mann. Ist doch echt... Das heißt, es ist mir egal. Okay, folgt mal raus. Ja, du aber auch, Bro. Du auch. Okay. Jetzt kommt wirklich alle raus. Okay, Cason sagt, folgt mir. Kommt alle mit. Bro, das ist so dumm, dass wir nicht fliegen. Geht da rein. Geht da rein. Springt er mal. Cason sagt, springt er mal. Cason sagt, springt zweimal. Springt dreimal. Fencer, es tut mir leid, Bruder. Es tut mir leid, Digga. Okay, Cason sagt, folg mir. Cason sagt, stopp. Folg mir weiter. Er hat sich bewegt. Er hat sich bewegt, er hat sich bewegt. Doch, doch, Bro. Digga. Er hat sogar gewonnen, letzte Runde. Er hat so ganz ein bisschen angetreten. Naja, ich hab's gesehen. Okay, folgt mir. Das ist richtig erschrocken. Cason sagt, folgt mir. Cason sagt, er guckt nach unten. Guckt nach oben. Cason sagt, dreht euch zu mir. Cason sagt, dreht euch nach hinten. Guckt nach unten. Guckt nach oben. Cason sagt, guckt nach oben. Cason sagt, guckt nach unten. Dreht euch zu mir. Guckt nach oben wieder. Cason sagt, springt einmal. Cason sagt, springt viermal. Ey. Ey, Erik, komm mal auf da jetzt, Digga. Okay, hier ist es mir zu laut. Cason sagt, kommt mal mit. Cason sagt, guckt euch an. Guckt euch beide gegenseitig auf das Genital. Warte mal, hab ich gerade Cason sagt gesagt oder nicht? Nein, hast du nicht. Hab ich nicht? Nein. Also, falls... Nicht... Man, fuck, ich weiß es halt nicht, ne? Einer von denen ist halt tot. Cason sagt, greift euch jetzt an. Geht das? Wer zuerst stirbt, doch, es geht, Digga, es geht. Kriegt ihr Damage? Ja, ne? F-I-F-A-P-A-T-T-I-L Jungs, greift euch an. Cason sagt, greift euch an oder derjenige, der Pus stirbt. Danke, Pate, Digga. Jahrhundertk casi, wirklich. Okay, I'm sorry. Bruder, wenn Dings jetzt recht hat, dann tust du wirklich leid. Und falls es jetzt hinterher dich von dir war, hasse ich dich, Bruder. Aber ist egal. Kacen sagt, kommt alle zu mir, wenn ihr könnt. Vorne an die Metallwand oder hier vorne ans Haus. Kacen sagt, spring zweimal. Guckt nach unten. Kacen sagt, guckt nach unten. Kacen sagt, guckt nach oben. Kacen sagt, guckt nach rechts. Kacen sagt, guckt nach... Nochmal nach rechts. Kacen sagt, guckt nach links. Kacen sagt, guckt nach oben. Guckt nach unten. Guckt nach rechts. Guckt nach links. Kacen sagt, guckt nach links. Haha, war close. Kacen sagt, guckt hinter euch. Kacen sagt, springt einmal alle bei Erik hoch. Und versucht ihn zu schlagen. Verloren, Bro. Ja, bitte gehen wir wieder. Optik, musst du hören. Ich glaube, das war ja so unfair, Alter. Okay. Hier, ey, Bro. Okay. Warte, warte kurz. Okay. Okay, Jungs, Jungs, Jungs. Ich habe eine gute Idee. Okay. Okay. Kacen sagt, sprayt ein Spray unter mir, auf meinem Fuß. Ich meine, ich habe keinen. Okay, ähm, macht mal so ein Lebkuchen-Emoji. Vor mir, bitte. Vor mir. Damit haben wir einen Gewinner. Äh, wer bist du? Bro? Ich weiß ja nicht, wer du bist, aber du hast gewonnen. ARB. ARB, Galaxy, du hast gewonnen. Obwohl du, also ich muss sagen, eigentlich, eigentlich war das, war das gay, weil, ich glaube, du hast dann in einem Moment verloren. Sei ehrlich. Hast du bei dem einen Moment verloren? Er ist ehrlich. Und dafür stirbst du. Oh, ich kann nicht töten. Egal. Ehre machen. Mein Crown, Digga, macht das weiter, Digga, das ist cool. Oh, ja. Das ist gut. Okay, jetzt. Jetzt alle. Ladies and gentlemen. Ich bin nochmal zurück. Ich bin nochmal zurück. Ich bin nochmal zurück. Willst du irgendjemanden grüßen? Gerne. Okay, hau raus. Aber ich fühlte ihn. Ich fühlte ihn. Ich fühlte ihn. Ich fühlte ihn. Das ist meine Mom. Bei Sebo? Bro? Ja? Willst du irgendjemanden grüßen? Das ist meine Mom. Ladies and Gentlemen, we got him. Ich fühlte ihn. Ich fühlte ihn. Ich fühlte ihn. Ich fühlte ihn.